Weiski nebikir und schädlichke. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich war ins Klanbo. Heute bei uns zu Gast Adolf Hitler. Ha, willst du bescheid? And I would walk five hundred miles and I would walk five hundred miles to be... Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ha, scheiße. Den Taschendieb haben wir ja schon zweimal, super. Und der einfache Knappe! Den haben wir nämlich auch noch nicht gehabt, der ist nämlich ganz cool. Der einfache Knappe! Der lange Finger. Ich hab halt den langen Finger gezogen, ja? Ich hab halt den langen Finger gezogen. Und die oberste Kreuzritterin, ja? Den hab ich... Ja, der einfache Knappe! Ja, ich hab ihn gezogen! Und den Meeresbünderer! Für noch mehr Packs, vielen Dank, vielen Dank, ja? Können wir machen. Vielleicht ziehen wir da auch den Knappe! Alter! Wie viel Dust gibt denn der so? Äh, 10? 5? Weißt du, Peter, richtig viele Krümmel. Richtig viele Krümmel bringt der. Das ist quasi... Äh, äh, scheiße. Ich überleg gerade, was zockst du denn? Das ist wie so ein Rasenmäher. Es ist quasi, als wenn du ne... Als wenn du ne kampferprobte Graue ziehst, Peter. Das ist der Knappe. Ah, okay. Ja, Mensch, ey. Hallo, Hardy! Hallo! Wir streamen gerade! So, Jay! Wir streamen einmalig auf Twitch.tv Slash Pinsmeet Boah, was macht dich? Oh, Mensch! Ich öffne grad Peck auf und nichts. Aber das ist megawürde, weil Saip auf den Megaillen liegt! Ich bin jetzt voll fertig! Und Jay ist jetzt dran! Gerade zieht mal noch Saip, jetzt zieht gleich Jay. Okay, also Saip zieht gerade noch alles. Tschüss. Spastis ey. Die ist nachgeladen? Alles klar Leute, weiter geht's. Wo, 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 wo? Oh, Sex. Das müsste doch eigentlich reichen. Du kannst alles machen. Bei dem Gegenwind Fick dich Ich hab doch Gegenwind gehabt man, wieso macht das denn keinen geilen Bogen, ey Das ist ja wohl echt der letzte Witz Wenn ich auf Beenden drücke schmiert das Spiel ab Ja, du darfst doch nicht auf Beenden drücken, Hanni Ja, was soll ich denn machen, Mann? Ich warte schon Boah, wo sind denn Legen, ey, keiner Ich hab 70 Packages gezogen Da krieg ich zweimal die gleiche Legendary Blödsatz, aber willst du nicht sagen? Ja, du ziehst dich nur Scheiße, interessiert keinen Hadi, was wolltest du mir grade sagen? Das ist das eine Scheiße Hadi wird wahrscheinlich gleich wieder richtig geile Scheiße ziehen Weißt du, ich spar mir über Monate 2000 Fickgold zusammen Dann kriegst du nix Zollt, 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 Ausgeburt der Schatten Ja, das seid ihr auch alle Vor allem der ganze Twitch-Chats Meines Ausgeburten der Schatten Ich will jetzt endlich vernünftige Garten ziehen Boah, ey, du bist schon echt schwer behindert, ja Boah, wenn ich den sehe Ich hab mal auf, wo du da warte Frag mal, wie viele Legendaries Hadi zieht Fünf, so wie seine Matze in den Oze Fuck you, Alter Und ich würde 500,000 Mio sein Und ich würde 500,000 Mio sein Und ich würde 500,000 Mio sein Bis zum nächsten Mal.